Konnichiwa ihr Chibis und herzlich willkommen zur Nummer 3 von Sky Factory 2.5 Ja, ich bin jetzt erstmal wieder wie in der letzten Folge auch zuletzt gesagt dran und klöppel zügig hier auf den Baum ein in der Hoffnung, dass er mir ein paar Setzlinge mehr gibt, denn wir sollen ja laut der aktuellen Quests Wasser herstellen. Wir brauchen Wasser. So, da geht erstmal wieder der Crook drauf. Bauen wir uns da ein 9. Zwei Sticks haben wir noch. Bauen wir ein paar mehr. Und zwar 4 genau. Aber irgendwie sind die schon unterschiedliche ID. Ach genau, das ist immer dieser Builder-Swan. Den klatsche ich mir jetzt mal dahin. Keine Ahnung, was wir mit dem noch machen sollen. Oder ob der für Notfälle gedacht ist. Ich weiß es nicht. Und wir kriegen auch langsam Hunger. Oh Gott, was haben wir denn? Drei Äpfel, ein Donut, Bacon und zur Not noch sechs Würmer. Mh, lecker. So, gleiches Spiel wie vorher auch. Baum hochklöppeln. Und dann, äh, ja, nach oben. Da, 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 da. Vielleicht gucken wir mal, ob wir diese Folge schon so weit kommen und, äh, Bäuerchen. Ähm. Ja, damit anfangen uns unsere kleine, äh, Hausplattform zu bauen. Natürlich nur so weit, wie wir auch die Ressourcen entbehren können. Ein Apfel. Ich war noch nie so happy, einen Apfel zu sehen. So. Weil da werden dann zentral dann auch die, die ganzen Gerätschaften stehen. Wie zum Beispiel das Sieb dann oder, äh, der Holzkessel und so weiter. Damit wir alles so weit zugänglich haben und sich auf den äußeren Plattformen, die da nach und nach entstehen, so, so vorwiegend, so, die, die, die Ressourcen halt. Die Materialien, ähm, angepflanzt, angebaut, abgebaut, wie auch immer werden. Irgendwie so. Mal gucken. Das hatte man bei Agrarian Sky ja ein bisschen einfacher. Da stand, ähm, direkt ein Haus, das man beziehen konnte. Hier hat man ja wirklich rein gar nichts. Also es ist, es existiert nichts, womit man direkt anfangen könnte. Finde ich eine schöne kleine Erweiterung und, ähm, gibt einem so ein bisschen mehr Freiraum. Wobei es natürlich bei meinem Freiraum mit meiner Kreativität sehr interessant sein wird, wie das Haus dann letztendlich Gestalt annimmt. Mhm. Moment, da kann ich doch jetzt eigentlich direkt rüber hüppeln. Hüpp. Ich hätte mir noch einen Crook auf Reserve machen sollen. Bing. Da bin ich mal kurz gegen meine kleine Red Bull-Dose gestoßen. Insofern man das überhaupt mitgekriegt hat. Ansonsten habe ich mich jetzt verraten. Ei, ei, ei. Bumm. Da ist es weg. Hat aber nochmal gut ein paar Sätzlinge gebracht. Sehr schön. Ah, da kommt auch nochmal einer von der Hand raus. Sehr schön. Ja, dieser Crook, der erhöht eben die Chance, ähm, dass eben was aus dem Blattwerk raus getroppt wird. Nette Sache. So. Sammeln wir das ganze Gedöns ein. Den Baumstamm noch weg. Dann direkt erstmal wieder zwei Sätzlinge setzen. So. Habe ich ihn schon eingesammelt? Ja. Gut. Da sind die Würmchen am Arbeiten. Auch toll. So, was sollen wir denn als nächstes machen? Ah, genau. Wir sollten, äh, Wasser herstellen, indem wir Sätzlinge in diesen Kessel reinschmeißen. Machen wir direkt mal. Na, wie viele gehen denn da rein? Doch, ein ganz schöner Schwung. Wir sehen jetzt, die, die, das Blattwerk wird weniger. Und das Wasser steigt wohl. Sehr schön. Also können wir das auch abhaken. Also es gab ja zwei Möglichkeiten. Entweder eben, äh, Regenwasser in so einem Fass sammeln oder, ähm, die Sätzlinge schmelzen. Nur, nachdem ich jetzt nicht weiß, wann es hier das nächste Mal zum Seichen anfängt, ähm, ja, habe ich mir eher so ein Ding da gebaut. So, wir sollen jetzt Kapistonen herstellen, indem wir kleine Steine herstellen, die wiederum aus, äh, gesiebten Dreck rauskommen. So, das heißt, wir brauchen nochmal mehr Sätzlinge, füllen damit unser Fass und, ähm, schmeißen das dann ins Sieb. Gut, die Bäumchen lasse ich mal eben wachsen. Wir kümmern uns jetzt erstmal in Richtung kleines Zuhause. Von daher verbrate ich da nur erstmal die Hälfte. So. Oh Gott, das wird jetzt kritisch. Das wird jetzt kritisch. Also, ich hätte gern einen drei breiten Weg. Oh Gott. Und ich habe noch nicht, keine Ahnung, wie das hier mit Monsterspawn aussieht. Ob da gleich tierische Probleme auf mich zukommen. Ich hätte gern einen reinen Abstand von 15 Blöcken, glaube ich. So, das sind jetzt drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. So, das soll der reine Abstand werden von Plattform zu Plattform. Weil ich glaube, dann habe ich so auch zwischendurch, zwischendrin immer mal wieder so genug Platz, um da noch mal eine Abzweigung oder so zu machen zu anderen Plattformen. Damit dann vielleicht irgendwann so ein richtiges Netzwerk entsteht. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Der rechte will immer irgendwie schneller Na komm Ich wollte gerade sagen Steht der vielleicht so nah dran, dass er jedes Mal so groß wird Aber nö, der kann auch klein werden Okay Wir brauchen einen Kruk, genau Das war das, was ich wieder vermisste Hep, hep, hep Und hep Gut Da haben wir einen Kruk Und damit verkloppen wir jetzt wieder das Blattwerk Denn wir brauchen viele, viele, viele Setzlinge jetzt Wir müssen nochmal Erde herstellen, um daraus dann Steinchen zu sammeln Und diese Steinchen fügen wir dann zusammen zu Cupstone Ich sehe es ja schon kommen, dass es dann irgendwann Rezepte sind Wo wir sehr, sehr viel Wieder ganz, ganz vorne anfangen müssen Sprich, baue dies und das Und dann müssen wir erstmal wieder anfangen Die Setzlinge zu sammeln, die zu kompostieren Und so weiter, ich bin gespannt, ob es dann auch weitere Wege gibt Vielleicht Richtung Alchemie oder so Lassen wir uns mal überraschen Ich habe nicht wirklich eine Ahnung, was mich hier noch erwarten wird Aber genau das macht auch irgendwo den Reiz für mich aus Denn wenn ich schon wüsste, was alles kommt Dann, ja Braucht ich es irgendwie nicht zocken Macht glaube ich Sinn Na komm Los, der Baum, gib mir deine Setzlinge Oh ja, gib mir deine Setzlinge jetzt hier so Oh ja Komm Wo sind die Setzlinge Wo sind die Setzlinge Da sind die Setzlinge, sehr schön Wir haben schon zwei Hungerkeulchen verloren Aber wir haben ja noch ein paar Äppel Hoffentlich sind wir dann bald auch so weit, dass wir anfangen mit Essen anpflanzen oder so Ich meine, wir können es Ne, ich weiß es gar nicht Also ich werde dem Buch folgen Wenn das Buch Bis zu einem gewissen Punkt nicht in die Gänge kommen sollte Den Bereich Nahrungsbeschaffung zu covern Dann muss ich mir irgendwas einfallen lassen Im Moment Ich weiß nicht, ob es möglich ist, sich normale Werkzeuge zu craften Ich will es auch momentan noch nicht ausprobieren Ich weiß auch gar nicht, ob es vorgesehen ist, das zu umgehen Oder ob man sich direkt auch um eine Nahrungsbeschaffung kümmern soll Mal gucken Ich lasse mich mal überraschen Bevor es natürlich zu eng wird, lasse ich mir ganz kurzfristig irgendwas einfallen Aber so möchte ich erstmal nur rein den Anweisungen des Buches folgen Und immerhin, wir haben ja auch noch ein bisschen Bacon Ist ja nicht so, dass wir komplett verhungern Donut haben wir auch noch und Äppel So, wir brauchen Erde um die zu sieben Also kommen da jetzt wieder Acht Setzlinge hier rein Oder waren das jetzt zehn? Ich weiß jetzt nicht So, haben wir hier Ah ja, wir haben sogar noch ein bisschen was auf Reserve So Sobald wir wieder Seite brauchen Schnappen wir uns den da Und dann gucken wir weiter Ich hau mir jetzt erstmal einen Apfel rein Einer muss sein Halt So wollte ich das Oh Gott Oh Gott, komm Na komm, tu dein Ding Na gut, dann gehen wir nochmal twerken Ich hab da richtig Spaß dran So, na Ah, die Kamerasteuerung Und Ja Baby Gab's doch nicht mal ein Lied Du hast den schönsten Arsch der Welt Meiner ist so schön Der bringt sogar Bäume zum Wachsen Yes So Bauen wir uns nochmal einen Crook Machen uns nochmal Setzlinge Und ein Würmchen Das ist hier immer richtig geil Bäm, da geht er drauf Wir haben den nächsten gleich in der Hand Ja, die Dose steht noch immer da Ja, ich nehme die Folgen hier am Stück auf Um einfach konstanter euch mit Diesen Folgen zu versorgen Gott ist das peinlich Ne, ähm Kadexra kommt ja so ein bisschen unregelmäßig Je nachdem wie ich dazu komme Oder was auch als anderes ansteht Und Sky Factory Bietet sich einfach super an Um Ja, einfach Solo vor mich hin zu Aufzunehmen Und Einfach dem Büchlein zu folgen Das ist jetzt nicht so Das ist jetzt nicht so Absolut freie Handgebend Wie Beispielsweise Hexit oder so Sondern Ja, es sagt An Da ist A Da ist B Und um da hin zu kommen Machst du das Kadexra zum Beispiel Oder Hexit Oder auch andere Mods Sind so Da hast du eine Welt Und jetzt mach Man hat dann so viel zu tun Und muss dann Klar, das wird jetzt hier auch Irgendwann der Fall sein Dass einfach sehr sehr viel Arbeit Auf mich zukommt Aber ich glaube Ihr wisst was ich meine Es ist nicht so Es ist recht linear Im Vergleich zu anderen Projekten Von dem her kann ich die Super flockig So alleine vor mich hin machen Und Hab trotzdem etwas weiteres Womit ich euch hoffentlich Unterhalten kann Und Ja und kann mir eben Auch mehr Zeit rausnehmen Für beispielsweise Kadexra Weil ich da dann einfach Mehr Zeit habe zum vorbereiten Und beispielsweise Nicht den Zwang habe Oh Gott Jetzt hast du schon seit zwei Tagen Keine Folge gebracht Weil du hier am vorbereiten bist Oder weil du das machst Oder weil du hier was gucken musst Ähm Jetzt wird es Zeit Sondern ich weiß immer Mit ruhigem Gewissen Zumindest habt ihr noch Was anderes Was läuft Ob es euch gefällt Wird sich zeigen Ich hoffe es sehr Würde mich sehr sehr freuen Wenn ich euch hiermit auch Begeistern kann Und es werden noch Weitere Projekte folgen Also es ist nicht so Dass wir jetzt Ähm Ja ich baue halt eben Langsam wieder auf Also So brauchen wir gleich Wieder den nächsten rein Drei hätte ich gerne noch Preserve Gucken wir mal Ob das schon gereicht hat Und Wir sollen jetzt Steinchen da raus sieben Ich gucke mal ganz kurz Erstmal wieder ins Büchlein Craft Cuppet Stone From Small Stones That's Dropped From Sifting Diet Jo Papp Jetzt haben wir Sand drin Und jetzt heißt es Durchkloppen damit Sehr viel Handarbeit In diesem Modpack Finde ich cool Zack Wir haben sechs Steine bekommen Jetzt bin ich gespannt Ob diese sechs Steine Schon reichen Um daraus einen Cuppet Stone zu machen Tatsache Man braucht vier Stück Für einen Cuppet Stone Somit haben wir den Schritt Im Buch abgehandelt Röms Das nächste wäre dann Craft a hammer To turn Cuppet into gravel Gravel into sand And sand into dust Cool Das heißt wir sollen Uns ein Hämmerchen herstellen Gucken wir mal Wie der Hammer geht Ach ja Gott Gut dass ich gestern Schon reingeguckt habe Ich weiß mittlerweile Dass es der Wooden Hammer ist Den man sich herstellen soll Oder auch nicht Verkackt Dann war es eben Ein anderer Wooden Hammer Wo ist er Da Den soll man sich bauen Einfach Bretter hier Und zwei Sticks da Dann hat man ein Hämmerchen Dann hat man ein Hämmerchen Muss ich jetzt erstmal Bretterchen Ah verkackt Bretterchen hinter Ja so Bretter herstellen Und dann so Und dann da Und dann haben wir Ein Hammer hier So Mensch Gut Wir sollen jetzt Den Kappelstone Mit dem Hammer Verkloppen Und kriegen Kies raus Aus dem Kies Müssen wir jetzt Sand kriegen Und aus dem Sand Müsste Staub werden Perfekt Auch das abgehandelt Jetzt sollen wir wiederum Kies Sand Und Staub Im Sieb Sieben Jetzt haben wir natürlich Nur den Staub Das heißt ich muss mir Dann nochmal mehr Sieben Und was weiß ich Was um die anderen Punkte Klar ich könnte jetzt Theoretisch sagen Okay Ich hab jetzt den Staub Gesiebt Damit ist der Punkt Abgehandelt Nein Ich möchte dann schon So viel wie möglich Daraus lernen Warum ich das eben Machen soll Denn wir kriegen zum Beispiel Aus dem Staub Ähm Oha Kam das vor schon raus Oder fällt mir das jetzt erst auf Wir haben Knochenmehl Knochenmehl kriegen wir aus Staub Und das kam inzwischen Da muss ich mehr drauf achten Wir haben Powdered Tin Ore Also sprich wir haben schon Das erste Erz in den Händen Das ist richtig Richtig cool Das heißt diesen Schritt Werden wir uns dann In der nächsten Folge Genauer angucken Indem wir dann Äh Nochmal Gravel und Sand Herstellen Um zu gucken was wir Daraus sieben können Genau Bei dem her würde ich sagen Wenn es euch wie immer gefallen hat Wäre ein Däumchen nach oben Richtig eine geile Kiste Ansonsten Jegliche Art von Kommentaren Ab Und das Video damit Wenn ihr noch nicht abonniert haben solltet Und es gefällt euch bislang Dann würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen Ich wünsche euch allen einen schönen Tag Und sag bis zum nächsten Mal Euer Chibi Ciao